Da ist wohl ein Kaffee-Milch-Molli im falschen Ding gelandet. Oh, anscheinend, ja. Ja, kann passieren. Ich frag mich, könnt ihr auch sehen, was auf der anderen Seite ist? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Nein, nein. Ich nehme drei für eine 999 Mooskugeln. Bei uns sind sie, glaub ich, günstige. Nein, nein. Ach, das sind alles Mollis. Was für was. Und das sind jetzt die Kaffee-Milch-Mollis. Es ist dauernd zu erkennen, dass sie schwarz mit Sprenglern sind. Was? Wir haben hier einen iPhone-Moblades. Cool. Ja, der ist durch und durch. Wah, ey. Krass. Häufig. 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 Ich hab' mein Gefühl. Okay. Ja. Aber ich glaub, das kommt dann ganz gut im Video. Ja, ja. 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 Gäste auch nicht. Ja. Ja. Ja.